Metall. Das Projekt Metall geht aus der Verbindung zweier scheinbar so verschiedenartiger Elemente wie Stahl und Tapete hervor. Stahl, seit der Industrialisierung Konstruktionselement für Brücken und andere Großbauten hat in jüngerer Zeit auch Einzug in die Wohnung als trendiges Einrichtungselement gehalten. Die in den 80er Jahren typische Wandtapete feiert dagegen mit unterschiedlichen Konnotationen ein Comeback. Heute bedeckt sie nicht mehr ganze Zimmerwände, sondern konzentriert sich auf bestimmte Punkte in der Wohnung. Von dieser Idee sind wir ausgegangen. Dieses Projekt wird durch zwei heterogene Elemente charakterisiert. Industrial Aura des Metalls und Vintage Charme der Tapete. Metallur wird in drei Farben angeboten, in Silber, Gold und einer absoluten Neuheit Bronze in den Größen 90x90 und 90x180 Zentimetern. Unique Selling Proposition – ein Trendiges und absolut innovatives Produkt. Also, bis zum nächsten Mal.